Da würde ich wieder beide Ebenen herausheben, wie wichtig diese Transparenz ist, sowohl für Mitarbeitendebene und auch die Leadership-Ebene. Das erwähnen wir die letzten paar Wochen auch immer wieder öfter, was so Vertrauensfragen angeht. Das ist etwas, das ist für beide Seiten jeweils wichtig, es der anderen Seite sozusagen übergeben zu können. Also bleiben wir bei dem Beispiel. Wenn du Plan C nicht kommuniziert hättest transparent, dann hätte dort nie ein Feedback stattfinden können von ja, das könnten wir vielleicht brauchen. Auf der anderen Seite gäbe es nicht die Möglichkeit, hier transparent zu sagen, ja, wir behalten uns die Idee im Hinterkopf, aber A und B hat Priorität, sondern hätte quasi sofort abgeschnitten und gesagt, ah, blöde Idee, braucht kein Mensch. Dann wäre quasi auf beiden Seiten einfach so ein ungutes Gefühl auch wieder gewesen und halt massiver Vertrauensverlust wieder von beiden Seiten. Also es geht nicht ohne die andere Seite. Eine leadership Position funktioniert nur, wenn die Mitarbeitenden soweit sind, dass sie quasi aktiv gemeinsam irgendwie mitarbeiten. Und gleichzeitig kann man aber, und das muss man vielleicht auch mal konkreter sagen, dass ja die, die, das Verhalten der Mitarbeitenden formt auch die Leadership Position oder formt auch die Führungskraft. Und ich glaube, das ist auch so, ich will jetzt nicht sagen, so eine Urban Legend, aber das ist, glaube ich, in vielen Führungsverständnissen auch nicht richtig, sondern es ist einfach so ein, okay, ich bin jetzt in der Führungsposition, ich drücke jetzt meinem Team auf, was sie zu tun haben. Und gleichzeitig ist dann auch wieder, Mitarbeitende bekommen eine Führungskraft und lassen sich unter Anführungsstrichen alles gefallen, weil naja, ist ja die Führungskraft. Und das ist Empowerment, da reden wir ja auch viel drüber und das ist vielleicht das Abschlussbogen mit Extreme Ownership. Extreme Ownership geht von oben nach unten, als auch von unten nach oben. Also man muss sich gegenseitig formen sozusagen, es ist nie etwas im Vakuum. Und das Extreme Ownership beginnt halt bei der individuellen Person, ob die jetzt ganz unten steht oder ob die ganz oben steht, beide haben die gleiche, die gleiche Extreme Ownership Komponente, die sie tragen müssen und die sie mit reinbringen müssen.